Willkommen bei Portal Knights. Heute mal in der Runde. Ist jetzt schon eine ganze Weile draußen auf Steam. Ist eine Mischung aus Rollenspiel und Minecraft mäßig abbauen und aufbauen. Kann sich hier halt männlich oder weiblich, was nur an den Haaren und Augen irgendwie einen Unterschied macht, aussuchen. Und dann natürlich die Klasse. Ein klassischer Krieger für den Nahkampf. Ein Waldläufer für den normalen Fernkampf. Und natürlich ein Magier für die magischen Sachen. Bin mir noch gar nicht sicher. Ich glaube, ich werde einen Krieger nehmen, einfach weil man normalerweise für Krieger die hübschere Ausrüstung oder Ausrüstung oder Waffen basteln kann. Wir gehen einfach mal auf Krieger. Frisur. Sehr interessant. Oh ja, das sieht auch nett aus. Kleiner Knappe. Oh da. Jetzt haben wir mal ein schönes hier. Hm. Was ist denn das für ein Kringel? Das sind 29 Frisuren. Oh, hiermit schön mit Heimratsecken. Du Jemini. Was gehen wir denn da jetzt? Das sind ja die ganzen Frauenfrisuren hier, oder? Ich wollte... Ich glaube, ich gehe auf die. Was haben wir schon jetzt an Bärten? Ich hätte gerne einen Vollbart, aber eigentlich nicht so einen extrem wuschigen. Ach, das sieht doch auch nett aus. Schicker Kinnbart mit Zopf. Hm, nehme ich den? Das ist fast also diese Lego-Männchen in der Kopf hier. Oh, ich hätte gerne einen Vollbart. Mal irgendwelche... Was haben wir denn hier für schönes für Haarfarben? Bisschen Mühe, das ist da zu doll rot. Ne, so ist okay. Mal hier, was haben wir hier noch? Ohren. Ah ja, mit Ohrringen. Okay. Ist das Knochen drin? Ha. Und große Ohren. Sehr große Ohren. Wir nehmen die Riten... Ne, jetzt sind wir nicht aus dem Affen. Wir nehmen die Ohren. Und was ist das hier? Ohrenfarbe oder was? Achso, die Hautfarbe. Richtig bleich. Ja, so ist okay. Geht das nicht. Okay, Mann. Hier kann man hier jede Menge machen. Wir haben hier mit den richtigen Augenbrauen. Ohrenfarbe. 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 Ach, du Jemini. Ah, das ist okay. Und... Ja, müssen wir jetzt hier nicht übertreiben. Okay. Okay. Ja, so ist okay. Okay, Charaktername. Natürlich Blacked. Was denn auch sonst? Oder würde ich sagen, dann legen wir mal los. Was? Maximale Inselgröße? Groß. Wir wollen... Was für hartgesottene Abenteuer? Bilde ich einen leistungssteller Rechner in Gefahr? Neuro-System-Anforderung. Okay, wir gehen mal auf Mittel. Universum. Wie nennen wir es denn? Anleash... 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 Pixel... Erstellen. Wir machen mittlere. Sollte reichen. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Psst. In den vergessenen Tagen war die Welt friedlich und unversehrt. Aber der Bruch kam und riss das Reich in zwei. Nun sind die antiken Portale die einzigen Verbindungen zwischen den ungleichen Ländern. Und sie sind umgeben von erbarmungslosen Feinden, die in der Dunkelheit gedeihen. Die Welt erwartet Helden, die den Portalen ihr Licht zurückgeben und das friedliche Reich wieder vereinen. Liest so langsam. Hey! LSD-Trip. Uh. Es ist wirklich... Kann das bald mal vorbei sein? Hallo. Ah ja. Junkershügel. Stufe 1. Huh. Jetzt muss ich erstmal hier... Okay. Steuerung ganz normal. W-A-S-D. Ah. Steht ja da oben. Hopp. Und springen. Huh. Okay. Das haben wir erledigt. E für den Rucksack. Hier haben wir einen Trank. Den ziehen wir gleich mal runter. Was ist hier? Pioniersflagge. Möbel. Pioniersumhang. Rüstung. Kann ich den ausrüsten? Ah ja. Okay. Hier können wir tolle Sachen herstellen. Okay. Anscheinend verschiedene Portalsteine. Interessant. Und ein paar Waffen. Also. Erstmal eine Spitzhacke. Hier haben wir dann Waffen. Okay. Okay. Was wollen sie jetzt von uns wissen? Mausrad klicken. Ist ja eigentlich cool gemacht. Warte. Gefällt mir. Angreifen. Ich brauch mal einen Gegner. Hopp. 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 Das sieht irgendwie so Fischaugenlinse aus. Ganz komisch. Was? Damit kann ich switchen? Okay. Ich will nicht auch noch. Okay. Und damit kann ich... Wo ist der andere jetzt hin? Wo ist der andere jetzt hin? Mal das einsammeln. Da. Sehr schön. Wasser haben wir gefunden. Was brauchen wir denn noch? Um sie anzuvisieren. Um sie anzuvisieren. Um sie in die Richtung auszuweichen. Was? Jetzt brauchen wir noch einen Schleim hier. Siege drei Feinde. Ja, das passt. So. Sehe ich hier irgendwo noch einen Schleim? Bin ich blind? Offensichtlich. Ich brauche mal hier ein bisschen Duschzugerei. Yay. Bären und ein Setzling. Sehr schön. Jetzt auch. Oh ja. Wo ist denn jetzt hier? Bin ich blind? Ich sehe gar keine Schleime mehr. Aber wir müssen doch irgendwo drei rein, oder? Laufen wir da unten lang. Oh, das ist irritierend, das mit dem. Himmel da hinten. Weizen! Ja, Weizen. Richtig. Ja. Das gibt es doch nicht. Gibt es denn hier kein Schleim zum Töten? Ah, da. Hallo. Was soll ich machen? Benutze rechte Maus. Okay. Und das zum Wechsel. Aber ich soll. Hm. Boah. Ah ja, jetzt hat er. Ah ja. Kannst du noch einen besiegen? Oh ja. Oh, mein Leben. Sehe ich ja jetzt das gemacht? Hoppala. Ähm. Auf acht habe ich das. Okay. Super. Und nun? Orange ist schon nicht geil. Oh, gibt es doch nicht. Muss ich ihm mal am Auge jucken. So, Erfahrung. Ah ja, ja. Stelle zwei. Blaue Portalsteine her. Platz 4, 4. Okay. Also 5. Können wir hier erstmal noch 4. 3. Ich glaube, Fernkämpfer wäre doch besser gewesen. Ein Draufhau-Taktik hier. Komme ich, glaube ich, nicht so weit. E war Dingens. Und dann, genau hier. Herstellen, herstellen. Komme ich ab. Wo habe ich jetzt? Ach, hier unten. Okay. So, 4 müssen wir platzieren. 3. Welches? Ja, okay. Zack, zack. Wieder auf 1. Ach, das Schwert hat auch eine Haltbarkeit. Okay. Interessant. Okay, ausweichen. Hoppa. Können wir mal langsam ein bisschen. Taktik kämpfen. Ja. Hoppa. Na, komm. Ach, verdammt. Ich habe schon wieder so wenig Leben. Das gefällt mir nicht. So, jetzt habe ich schon alle Tränke aufgebraucht, oder wie? Aber wo kriege ich denn jetzt noch blaue Portalstelle her? Wenn ich hier die schleime, also... Haben wir noch irgendwie... Ich habe ja nicht mal welche. Hm. Was? Ehe? Achso. Ja, das Herstellen. Ich weiß. Da gibt es aber Stein und... Gehe ich den da drüben mal an? Komm. Ehe, 3 Steine! Elegant ausgewichen. Okay, die sind leichter. Die sind irgendwie leichter als die Schleine. Na komm. Gut. Okay, von denen kriegt man wenigstens auch noch diese Fragmente. Gibt mir die... Achso, die lassen noch Herzen fallen. Brauche ich trotzdem jetzt noch mehr. Ich habe jetzt genug für ein. Ja. So, ein... So ein Ding brauchen wir noch. Also noch zwei Fragmente. Huch. Kommt der wirklich hoch? Hier aber nicht. Ja, wir haben ja hier so ganz cool. Zack. Auch noch nicht? So, aber. Jawohl. Na komm. Nein, du sollst springen. Hallo. Hallo. Okay, wieder öffnen jetzt. Hier bin ich ziemlich einfach. Brauchen wir bloß immer ein bisschen zurücklaufen hier. Oh, eins noch. Ja. Kann ich ja eigentlich... Oh, hier kann ich mir schon runterfallen. Soll ich hier noch irgendwo was fliegen? War da irgendwie nicht? Oh. Hallo. Hallo. Auch was. Ist denn hier keiner mehr? Hm. Ist aber echt... bisschen wenig. Viecher. Muss ich mal so feststellen. Ist meine Prügellust noch nicht gestillt? Was ist hier für ein Garten? Da unten fliegt noch was. Fuck. Nicht du, Schmetterling. Ich will diesen komischen Smarag-Papagei. Huh. Wo ist er denn hin? Hier geht's... Ach, hier. Jetzt ist ja der Baum fest. Komm her. Jawoll. Dann können wir das jetzt bauen. Zack. Haben jetzt genug davon. Dann würde ich sagen... Versuchen wir mal irgendwie... Hopp. Ah. Jetzt. Wo war das? Das stand da ganz hinten, ja? Ein halb kaputtes Haus. Aber siehst du, hier sind welche. Oranger Schein. Nee, dich fülle ich jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Weißt du, das ist immer... Kaum braucht man nichts mehr. Keine Monster. Es sind genug da. Ich weiß nicht, ob das blind wahrscheinlich. Zack, zack, zack. Und jetzt setzen wir die zwei Steinchen hier mal. Hooray. Wir haben das Portal fertig gebaut und gehen mal durch zur neuen Insel. Will ich hier noch... Ah, nee. Ich will jetzt ja nicht mehr nichts mitnehmen. Was soll ich denn noch machen? Warte mal. Irgendwas gibt's hier noch? Bauen Steinblock ab. Okay. Bam, bam. Faust drauf rumkloppen. Stell dir eine Steinspitzhacke her. Okay, das können wir gerne machen. Brauchen wir denn nur noch Holz? Bap. So. Können wir eigentlich hier gleich das Holz klauen, no? Ist das das, was ich brauche? Nee. Da brauche ich Holzscheite für. Da muss ich bestimmten Bäumchen umklöppeln. Wie der... Wie der da aber auch drauf rumhämmert. So, wir wollen eine Steinspitzhacke. Ja, bitte. Sehr schön. Geh durch das Portal. Also, die will ich jetzt aber nicht. Achso, okay. Jetzt ist das grün. Okay, ich verstehe. Repariere die kaputte Werkbank. Hallo. Ich will die Werkbank. Jetzt, indem du sie aufrüstest. Werde die Kisten los und hol dir Beute aus den Kisten. Okay. Mhm, mhm. Werkbank hier unten irgendwo. Ach du je. Ich würde mich schon runterfallen lassen. Das wäre keine gute Idee gewesen. Boah, man kann es auch übertreiben, oder? Was ist das? Oh, Mann. Boah. Okay, da schlägt ein bisschen zu. Zack, 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 zack. Sehr schön. Ein bisschen. Erstmal alles plündern. Das ist immer ganz wichtig. Und versucht, alles mitzunehmen. Immer. Deswegen hasse ich Spiele, wo man nur bestimmt einen Betrag tragen kann. Ich immer alles mitnehme. Mal. Okay, jetzt zerschlage die Kiste. Hooray. Okay, öffnet die Karte. Was? Okay. Karte öffnen. Oh. Das ist also die zerbrochene Welt. Ich verstehe. Was ist das hier? Will ich da hin? Zurück zum Landeplatz. Okay. Dunkerhügel. Nee, das machen wir nachher. Also. Achso, kehre zurück zum Landeplatz. Okay, das war es doch richtig. Aber vorher. Lass mich alles kaputt abschlagen. Den Käfig mitnehmen? Gib mir den Käfig. Graue Ratte. Interessant. Ist die jetzt Haustier jetzt? Sonstiges. Ausrüsten. Läuft die jetzt mit mir mit? Ha! Das ist ja cool. So was mag ich. Okay, wir wollten aber zurück zum Landeplatz. So, auf uns das spiel. Und dann tun wir das auch. Ja, meine Ratte ist mit dabei. Ähm. Haben wir jetzt... Sehe ich jetzt hier die... Warum sehe ich die Punkte nicht mehr über den Dingern? Sehe ich das jetzt fertig oder wie? Bei dem Haus war doch, glaube ich, auch noch alles, oder? Oder ist das jetzt weg? Was ist das denn? Hallo. So, gibt's da was? Werkbank. Aufrüsten. Ritsche, 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 ritsche. Okay, jetzt können wir hier das Zeug verarbeiten. Ich seh schon. Sehr schön. Ich würde jetzt aber gerne hier nochmal das Ding kaputt schlagen. Was ist das hier? Hup! 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 Das ist so schnell. Ich will nur hier durch. Tschüss. Oh, das war knapp. Ach, wieder der LSD-Trip. So, wo sind wir denn jetzt hier? Erst mal Steine mitnehmen. Geht nicht? Ich hab immer eine coole Spitzhacke. Lass mich mal einen Schluck trinken, Entschuldigung. So, ganz verschluckt. Kann ich die jetzt abbauen? Ah ja. Huch. Hallo. Hat das jetzt eingesammelt? Ja. Also Rubine immer mitnehmen. Ganz wichtig. Edelsteine. Zack, zack. Sehr gut. Okay, unser Schwertchen ist schon ziemlich kaputt. Das ist der Landeplatz. Was muss ich denn jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier einfach irgendwas machen oder wie? Die Umgebung gefällt mir aber nicht so. Dann machte ich das vorne lieber. Was ist hier? Achso, okay. Hier muss ich dann wieder blaue Portalsteine sammeln, um das zu bauen. Das sehe. Und der Kaktus. Kann ich den jetzt richtig daraus? Kaktus setzt Ding und Wasser. Oh. Mich hier erst mal nicht entdecken lassen. Ich glaube, die sind auch etwas stärker, wenn es dunkel ist, die Kreaturen. Ist ja fast überall so. Was das hier schön ist? Ich hätte gerne... ...ne Palme. Wo ich ein bisschen Holz abbauen kann. ...damit ich... ...hoffentlich... ...jetzt irgendwo rein. Oder ist das nur so ein Steintürmchen? Hm. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Ah, okay. So kann ich wieder zurück. Ich sehe schon. Aber was kann ich bauen? Kann ich auch eine... ...zutaten... Ah, hier eine Werkbank. Okay, aus vier Holz. Der ist ja eigentlich erst mal sinnvoll, wenn ich... ...nochmal zurückreise, oder? Zum Anfangsding. Mein Schwert ist fast kaputt. Wir gehen mal zurück. Äh, da waren wir ein bisschen vorheilig. Ach, jetzt müssen wir ja wieder... Es ist so schön, dass sie auch aussieht. Aber das wird mir, glaube ich, ein bisschen auf den Keks gehen. In der Zeit. Und das nochmal wieder. Kann ich jetzt mit der... ...Steinspitzhacke... ...noch besser Holster bauen? Hup. Ah ja. Oh, gab's, glaube ich, sogar mehr, oder? Dann würde ich hier... Was mache ich denn? Will ich... Ich glaube, ich baue das hier aus, zu unserem... ...Landsitz. Ich glaube, so war das auch geplant, vom Spiel her. Gibt mir Beeren. Dann gibt mir hier so ein... Was ist das? Baumwolle? Ja. Mehr. Gib mir mehr. Dann hat er wieder dieser doofe Ritter. Den würde ich jetzt ungern... ...angreifen. Nicht bevor man... Hopp, hopp. Oh, da war noch einer. Wo ist das denn? Okay. Wir haben hier... Kommt jetzt eigentlich hier rein? Will ich das erstmal zumachen? Ich mach nochmal zu mit Erde, oder? Zumindest so. Na du. Provisorisch. Sicher. Besser ist das, glaube ich. Okay. Und... Mehr auch zu? Oder brauche ich eine Tür? Wäre sinnvoll. Können wir denn schon eine Tür bauen? Hier können wir... Beleuchtung. Tränke. Fähigkeiten. Ah, Rüstung. Sehr schön. Okay. Skizziertisch. Eine Tür geht anscheinend noch nicht. Wir brauchen hier Kupfererz, damit wir das nochmal aufwerten können. Wir bauen aber erstmal ein neues Schwertchen. Genau. Ich mein's vielleicht auch irgendwie wieder... Kosmetik. Was mach ich jetzt mit dem? Warte, dann mach ich wieder... Hier. Genau. Wo ist es denn hin? Okay, hier können wir noch ein paar aufwerten, ne? Wenn wir in der Stufe hochkommen. Aber wo ist denn jetzt das zweite Schwert hin? Müll. Okay. Achso, das muss ich jetzt mal rausnehmen. Achso, okay. Ich verstehe. Macht Sinn. Wollen wir jetzt... Was wollen wir denn jetzt machen? Ich wollte erstmal hier schnell aufräumen. Hier, weg mit dem Hocker. Das ist kaputt hier. Das ist kaputt hier. Braucht doch keiner. Kann ich hier? Nö. Okay. Ein Schlag und das ist weg. Dann haben wir zumindest erstmal ein kleines Häuschen und dann wollte ich schnell Kupferbahnen sammeln. In der Mine. Achso. Okay. Ah ja. Ich wollte gerade sagen, war es das einfach schon hier mit der Mine? Aber es ist noch ein Geheimversteck. Piu. Sehr cool. Kupfer fehlt uns trotzdem noch. Gehen wir hier trotzdem mal rum? Ja, meine kleine Ratte. Ist gut. Wie nenne ich die überhaupt? Kann ich denn Namen geben? Ratte. Geht nicht. Nein. Ich will die anlegen. Das ist ja doofe. Bringt mir jetzt hier ja gar nichts. Kriege ich ja eh nichts raus. Kupfer kriege ich? Kriege ich hier schon Kupfer? Ich glaube, das ist auch, dass man von den Inseln immer andere Sachen bekommt dann. Je nach Insel halt. Ich würde hier aber gern mal irgendwie... Ich nimm mal kurz ein bisschen Holz. Und dann würde ich nämlich gerne eine Truhe oder so aus vielleicht bauen. Dass wir hier ein bisschen was lagern können. In unserem wundervollen Haus. Was hier schon von Generation zu Generation an uns weitergegeben wurde. Ich hätte gern eine Truhe. Eine Truhe braucht auch... Aber ich habe einen Baum halt erstmal einen Schmelzofen. Äh, nicht Eisenkupfer. Was ist das denn? Ei? Ah, schön. Okay. Wir haben hier einen Ofen. Plupp. Pool. Bin ich jetzt nicht wieder am Dingsen, oder? Ich benutze doch den hier. Okay. Kupferplattenblock. Kupferbahn. Okay. Und das andere ist das, was ich sowieso hier kann. Okay. Basaltsteinblock. Interessant. Ich würde jetzt dann aber wirklich kurz mal... Kann ich irgendwie... Warte mal. Trank noch machen. Das wäre... Das wäre sinnvoll. Mächtiger. Schwager Heiltrank. Ja, sehr schön. Brauchen wir mehr Beeren. Gib mir mal hier so eine Beere. Ich glaube, da pflanze ich gleich nochmal ein paar ein. Schnell, pass jetzt länge, bevor wir das losmachen. Genau. Okay. Ähm. Den fällen wir noch schnell. Zack. Und dann würde ich erst mal sagen... Dann machen wir jetzt erst mal... Na komm, die pflanzen wir noch schnell ein und dann machen wir Schluss. Dann machen wir auch Schluss für ihre jetzt. Zack. Ich weiß gar nicht, kann ich direkt nebeneinander setzen? Ja, ich setze jetzt einfach mal hier so ein bisschen wild durch die Gegend. Dass wir da noch ein bisschen was wachsen lassen können. Gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt erst mal... Für hier Schluss. Und sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst einfach einen Kommentar da. Daumen hoch, Daumen runter. Je nachdem, wie es gefällt. Hier macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Na denn, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.